Ein Jahr ist zu Ende gegangen. Und was für eins. Zuerst sangen wir von einer spanischen Insel und dann bekamen wir unsere erste Kanzlerin. Nun dürfen wir gespannt sein, was unser allerhöchster Herr zu all dem zu sagen hat. Wir schalten in die Residenz seiner Majestät. Meine Damen und Herren, willkommen zur Audienz. Willkommen zur schon traditionellen Silvester-Audienz hier am österreichischen Hof. Ein bewegtes Jahr 2019 liegt hinter uns. Etliche Personen wurden heuer aus ihren Ämtern hinaus bewegt. Erstmals wurde die Regierung aus dem Parlament bewegt. Wir wurden zu den Wahlurnen hinbewegt. Ominöse Goldbarren wurden in Österreich hin und her bewegt. Das Einzige, was sich nicht mehr bewegt, sind unsere Abfangjäger. Die Hymne wird heute vorgetragen und ich glaube, das darf ich ohne Übertreibung sagen, meine Damen und Herren, von einem Publikumsliebling, Viktor Gernot. Dann darf ich Sie alle bitten, sich für unseren geliebten Kaiser zu erheben. Seine allerhöchste, apostolische Majestät, Robert Heinrich, der erste Kaiser von Österreich. Oh, seht Kinder fröhlich lachen, Blumen blühen, so strahlend schön. Ein jeder freut sich seines Lebens, wie lange nicht gesehen. Vorbei die dunklen, kalten Zeiten, da wir alleine auf der Welt, wie ein Vater seine kleinen Kinder, er uns in Arme hält. Unser Lieber, Robert Heinrich, wir danken es dir recht. Der Inhalt unseres Lebens, vor dir knien Herr und Knecht und Hund und Katz. Unser Lieber, Robert Heinrich, wir danken es dir recht. Wir haben einen Kaiser, uns geht es nie mehr schlecht. Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Robert Heinrich der Erste, durch Gottes Gnadenkaiser von Österreich, blicken auf das letzte Jahr zurück und denken uns, Das hätten wir eins anbrauchen. Zuerst ist Ibiza und dann sagt er noch zack, zack, zack und dann ist er selber zack, zack, zack. Und dann eine besoffene Geschichte. Und dann kommt noch das Ganze mit dem Gold. Und der andere, der Junge, hat von gar nix gewusst. Postenschacher, keine Ahnung. Das ist ja die Besten. Unsere Politiker sind wirklich jeden Euro wert, so lustig wie die sind. Applaus, Einstein. So ist die Hymne noch nie vorgetragen worden. Wer war denn das bitte? Meister, es handelt sich um den Sänger, Entertainer und Kabarettisten Victor Gernot. Arme Husch. Schau, das sind so zweite Pinguine, gell? Sind Pinguine. Zwei. Nicht, dass einer verloren geht, ja? Husch. Apropos zwei. Wo ist sein Freund, sei verstanden? Normalerweise hat er ja immer einen Freund dabei, nicht? Weißt du, ich meinen den Kabarettisten Michael Nirwarani, Hofbildstelle? Ja, den meinen wir. Hat er den heute daheim lassen, oder was? Silvesterabend dürfen wir wieder das österreichische Publikum, ihr Volk, bespaßen. Ja. Nach Ihnen natürlich, Majestät. Nach euch? Nach euch, Majestät. Darf ich meine Beine kreuzen, verzeihen Sie? Ich bitte. Danke höflichst. Und da dürfen wir nachher spielen und der Michael bereitet sich schon vor. Ah, Text. Einer muss den Text her können, echt? Ja. Und wie schafft er es dann, dass er dann hinkommt, rechtzeitig, zum Fernschauen? Nun, Majestät, ich würde vorschlagen, der kaiserliche Helikopter steht oben auf dem Dach. Wir könnten Herrn Gernot dorthin chauffieren, damit er es auch schafft. Ja, dann lassen wir ihn hinfliegen. Danke höflichst. Ja, danke. Wie geht's ihm denn? Ich bin so aufgeregt und so nervös, dass ich einmal in Ihrer Aura mich bewegen darf. In Eurer. Na, kleiner Tipp, kleiner Tipp unter uns. Also, stell er sich vor, wir, also ich, ja, ich bin zwei und wir sind partout. Wie geht's euch? So kann man es sich merken, dann stimmt es immer. Also, ich bin ein Wir, also zwei und wir sind partout. Sehr wohl. Und es geht mir ausgezeichnet und ich freue mich euch bei so guter Gesundheit zu sehen. Na, erst dann. Er schaut aber auch blendend aus. Danke höflich, danke höflich. Also, jetzt war, jetzt war im Auditorium, wenn wir da reingekommen sind, haben wir schon gemerkt, die jungen Damen sind alle sehr nervös geworden. Stimmt das denn, ist er noch single? Mit Verlaub, nein. Nein? Nein. Nein, ich will nicht gehen. Ich befinde mich in einer Beziehung. Ohhhh. Hat er auch einen Durst? Nein, höflichst. Ich hoffe, euch mundet es sehr. Na, will er wirklich nichts trinken? Haben wir ein zweites Glas oder da? Na, das können wir bringen. Seifenstein? Wer fehlt bei uns denn? Vor März? Silvester muss ja schon was trinken. Sehr gerne. Und das ist kein Klumput, wir sind ja nicht in Deutschland. Kork doch nicht. Husch. Na, wir schenken eins. Schau. Wir sind höflich. Welche Ehre? Also, was sind denn seine Projekte im Augenblick? Erzähl ein bisschen was über sich. Das Größte, das Aufregendste ist natürlich, dass ich bei euch Gast sein darf. Danke, höflich. Richtig. Prost. Prost Meister. Prost. Und ich darf mein Soloprogramm spielen mit Namen nicht wahr, kleines Fragezeichen, hinten. Ich darf mit meiner Band auftreten. Ich darf in diesem kommenden Jahr mit der Sigrid Hauser ein großes Konzert gemeinsam spielen. Und ich darf bei Was gibt es Neues immer wieder mal in der Raterunde sein. Das ist eine... Wie geht sich da so eine Beziehung dann überhaupt aus? Ich habe eine sehr verständnisvolle Partnerin. Und die fährt mit? Auf Tournee? Manchmal. Aber sie hat auch einen... Sie hat selbst einen anständigen Beruf. Aber sie wartet dann auf mich, wenn ich zurückkehre. Als fahrender Spielmann. Ja, die Beziehung ist ja noch jung, oder? Ja. Wie lang? Wie lang ich noch muss oder wie lang ich schon... Wie lang muss er noch? Wir verkehren seit zweieinhalb Jahren miteinander. Wirklich? Ja. Ich habe es geschafft, lange vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Ja, das wollte man grad sagen. Das weiß ja gar niemand. Ich glaube, Sie hat's auch eine Weile nicht gewusst. Ein Grund wahrscheinlich, warum die Beziehung funktioniert hat. Sehr wohl. Wenn der Partner nichts weiß davon, kann er nichts dagegen haben. Da kann nichts schiefgehen. Natürlich. Kennen Sie meinen größten... Kennen Sie meinen größten Erfolg? Kennen Sie meinen größten Erfolg? Wenn schon im Dialog, dann kennt es eh es. Kennen Sie meinen größten Erfolg im Musical? Nein. Ich durfte über 400 Mal den Kaiser Franz Josef in Elisabeth spielen. Ich war die Originalbesetzung. Ich habe natürlich dilettiert und ich habe das nur gespielt. Und es ist für mich jetzt so schön, wenn ich einmal einer wahren, der wahren Majestät, der wahren Exzellenz eines wahren Kaisers begegnen darf. Hurra! Hurra! Wie bereitet man sich vor, einen Habsburger zu spielen? Hat man sich da ein paar Mal mit dem Baseballschläger aufs Hirn oder was noch? Ich bin manchmal ungebremst gegen Pfosten gelaufen und Gott sei Dank habe ich weder Schwestern noch Nichten gehabt, die ich hätte schenden können. Oder gleich heiraten, Familie gründen, die dann mit sich selber verwandt ist. Ja, das war ja damals ein kaiserlicher Spaß für die ganze Familie. Haben wir ein Foto von ihm als Kaisers? Aber selbstverständlich, Majestät. Hofbildstelle, bitte! Ja, beim Musical geben sie sich wirklich Mühe, dass die Ausstattung wirklich authentisch ist. Dass das wirklich ausschaut wie damals. Was war das für ein Kaiser? Einer der Buben mehr gemacht hat als Mädchen oder was? Es war ein sehr menschlicher, aber natürlich auch sehr amateurhafter Kaiser, weil der wahre Kaiser sitzt ja hier neben mir. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Haben wir was anderes auch? Machen Sie das weg! Was ist das weg? Interessant ist zum Beispiel, dass während des Studiums Herr Gernot unter anderem als Backgroundsänger für Roy Black, Karel Gott oder Nicole arbeitete. Was? Ich war jung, ich brauchte das Geld, Majestät. Wir hätten doch ein seltenes Tondokument, Majestät. Ja? Viktor Gernot im Duet mit Karel Gott, Hofbildstelle. Und das Lied! 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 Aus, 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 aus! Wie alt war er da, Seifenstein? Man ist nicht wohl noch im Knabenalter. Er ist seither noch etwas gewachsen. Ist das nicht die kleine Tarinka gewesen? Also das ist nicht er. Soweit ich mich erinnern kann, nein, Majestät. Ja, weil bei den ganzen Drogen in dem Showbusiness kann es sein, dass er es vergessen hat. Das war nicht ich, ich schwör's! Beweis es! Fang das Lied! Fang das Lied! Ich halte es fest! Halt es fest! Ich kann's nicht weiter! Vielleicht ein Irrtum, Majestät! Was aber ganz sicher verbrieft ist, ist, dass Viktor Gernot seit langer Zeit Teil der österreichischen Fernsehunterhaltung ist. Da hätten wir zum Beispiel seine erste Hauptabendshow mit Namen Sabalot. Hofbildstelle, bitte! Falls Sie Sabalot wirklich noch nicht kennen, dann ist die Gelegenheit, Sabalot kennenzulernen, jetzt! In den nächsten 60 Minuten werden Sie das eine oder andere Mal ein erstauntes Sabalot ausrufen. Sie wissen, in der Werbung wird immer ein wenig übertrieben, aber das mit der wilden Frische, das trifft schon zu. Sabalot ist nicht nur der Titel unserer neuen Sendung, sondern auch wie Sapament oder Sapristi ein Ausdruck der Überraschung. So ein unfassbar fescher Bursche, da könnte man ja sagen, naja gut, der kann tragen, was er will. Aber nein, wenn ich tragen, was er will, muss ihn ja jemand gezwungen haben. Ja, das war damals beim ORF so, dass junge Moderatoren nicht wirklich entscheiden durften, was sie anziehen durften bei der Sendung. Und ich wollte nur erwähnen, ich war doch die kleine Tarinka. Das danach ist eine üble... Das ist der Karel Gott! Manipulation, genau! Wahnsinn! Und trotzdem Karriere gemacht, Wahnsinn! Wahnsinn! Man muss ja wirklich was können! Mit dem Nirivani war er ja sehr erfolgreich dann auch, nicht? Mit dem Michael Niavarani war ich sehr erfolgreich. Mit dem auch? Mit dem auch, ja. Und alleine ist auch einiges sehr gut gegangen. Wenn ich das bemerken darf. Selbstverständlich! Wievielte Soloprogramm ist das jetzt? Das ist jetzt das Fünfte. Das Fünfte sogar schon. Das Fünfte ist das schon. Und früher, wenn sie sich... Wenn ihr euch erinnert... Wenn es euch erinnert... Der nächste Schluck geht da hinten ein. In unserer Jugend, wenn ich das bemerken darf, die Hektiker einstmals. Das war ja auch... Ja! Das war ja auch dabei! Legendär! Wahnsinn! Er hat ja wahnsinnig viel gemacht! Wahnsinn! Sehr fleißig! Gibt's irgendeinen Wunsch, den wir ihm erfüllen könnten? Tatsächlich, Majestät! Augenweide? Aha! Wofür brauchen wir die Augenweide? Das muss ich erklären, Majestät! Herr Gern sagte einmal in einem Chat, ich zitiere, sowohl Solo als auch mit Band oder Nia läuft's für mich wie auf Schienen. Wobei, dass die Verkäuferinnen nicht spitze Schreie ausstoßen, wenn ich mir ein Mohnweckerl kaufe, das tut schon sehr weh. Also gut, bitte dann Mohnweckerl kaufen, Husch! Darf ich bitte eins von diesen Mohnweckerl haben? Ah! Das kostet 15.000 Euro, das Mohnweckerl, gell? Ist, ist, ist! Aber das braucht er ja jetzt, wenn er sich auf den Weg macht, dann kann er ja auf dem Weg dorthin zu seiner Sendung ja ganz schnell einen Mohnweckerl essen. Pardon, Majestät! Hallo! Verstehe. Das ist bedauerlich. Danke. Majestät, wir können Herrn Gernot nicht mit dem Helikopter bringen. Es fliegen schon zu viele Knallkörper durch die Luft, es wäre zu gefährlich. Na ja, dann schnell, 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 ob's ein Taxi kriegen, gell? Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bissl brav sein, gell? Sehr wohl, Majestät, sehr wohl. Ich bin neugierig, ob er das schafft, Seifenstein, so wie der brodelt. Ganz meine Ansicht, Majestät, schon in wenigen Minuten müsste er auf der Bühne stehen, um gemeinsam mit Michael Niawarani zwei Musterknaben zu geben. Wollen wir zum nächsten Fernseher laufen, um zu sehen, ob er es schafft? Einverstanden, mach mal eine Wette, wer als erster dort ist, ja? Wie viel, Majestät? Drei, zwei... Ah! 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 Ah, das ist es! Vielen Dank.